Ein Fakt, den auch du sicherlich falsch in der Schule gelernt hast. Chamäleons wechseln die Farbe, um sich dem Hintergrund anzupassen. Das stimmt so nicht ganz. Vielmehr ist es Ausdruck ihres Gemütszustandes oder dient der Thermoregulation. Treffen zum Beispiel zwei Rivalen aufeinander, zeigen sie sich von der besten Seite und färben sich bunt.